Die Firma Bogenschütz wird Global Player. Also, ganz erstaunlich. Wo wir sind, nicht vorne. Lächeln bitte. Strenge dich doch mal an, Papa. Wir machen alle nochmal mit. Herr Bogenschütz, lächeln. Ah, danke, jetzt haben wir's. Die Lage ist doch aussichtslos. Wie willst du eine Insolvenz der Firma denn noch umschiffen? Das Einzige, was ich brauche, ist Zeit. Wir können keine Gehälter mehr zahlen. Ja, Björne, du kannst die Firma hinter meinem Ricke an die Wand fahren. Was ist, wenn der Auftrag nicht kommt, von dem du eben gesprochen hast? Vielleicht verhandeln mit den Chinesen. Verhandeln mit den Chinesen? Herzlich willkommen in Baden-Württemberg. Ich freue mich, dass Sie hier in Baden-Württemberg sind. Hier natürlich der Klassiker. Bogenschütz, CC4. Wir freuen uns sehr darüber, heute in der südlichen Provinz zu sein. Was erhoffst du dir denn von den Verhandlungen mit den Chinesen? Manche sagen, sie würde die Firma nach China verkaufen und zum Surfer auf die Bahamas fahren. Stimmt es, die Firma Bogenschütz wird nicht verkauft. Basta! Die Firma Bogenschütz und Söhne hat den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt. Wir werden auch den Chinesen überleben. Und Berlin? Was macht Berlin? Alle im Sofa und mir zahlen die Miete, oder?